Das hier ist der Zipfel vom Paradies. Wirklich. Wir sind in Pimalai und übersetzt heißt das Zipfel vom Paradies. Das Paradies, also der Zipfel, ist auf der thailändischen Insel Koh Lanta in der Adamanensee. Ein Geheimtipp. Es gibt zwar Schlangen hier im Paradies, aber die sind sehr friedlich und ein Apfel wurde uns auch noch nicht angeboten. Dafür aber thailändisches und europäisches Bio-Essen. Und es gibt viele verschiedene wild lebende Tiere und Pflanzen hier, so wie sich das für ein Paradies gehört. Das Pimalai ist ein Luxusressort, aber mit ökologischer Philosophie. Wenn wir die Natur gut behandeln, dann wird sie auch uns gut behandeln. Das zeigt sich hier in den vielen kleinen und den ganz großen Details. Im Pimalai gibt es eine eigene Wasseraufbereitungsanlage. Es wird keine Chemie genutzt, um zu putzen, sondern nur biologisch abbaubares Putzmittel. Es gibt sogar eine eigene Pflanzenschule, um die biologische Vielfalt hier im Pimalai zu gewährleisten, die ihr so um mich herum seht. Und es wird kein einziger Baum hier gefällt. Und einen biologisch verträglichen Peer gibt es auch. Der ist für die ankommenden Boote gedacht, aber er ist so gebaut, dass er nicht in den Kreislauf der Natur eingreift. Auch wenn er so ein bisschen aussieht wie ein Legospiel für Erwachsene. Jetzt suchen wir Nemo. Der verschwindet nämlich langsam aus dem Paradies. Die Clownfische sind spätestens seit dem Film findet Nemo begehrte Haustiere hier. Leider. Deswegen wurden sie in Massen aus dem Meer gefischt in kleine Plastiktüten verpackt und dann so verkauft. Und dabei gehen sie leider oft ein. Das Pimalai arbeitet seit acht Jahren daran, zusammen mit der Regierung in Thailand und einer Universität in Bangkok, Nemo wieder in seinem Zuhause anzusiedeln. Krabi, das Städtchen auf dem Festland vor Kolanta, hat eine Fischaufzuchtstation. Sie wird von der thailändischen Regierung unterstützt. Neben Seesternen und verschiedenen einheimischen Fischarten gibt es hier tausende von kleinen Nemos. Das Geschlecht entwickeln die kleinen Kerle erst später. Je nach Bedarf kann ein Männchen oder Weibchen aus ihnen werden. Die Fische leben in Familienverbänden und fühlen sich in der Gruppe wohl. Die verschiedenen Clownfischarten werden getrennt nach Herkunft und Rasse gezüchtet und dann gemeinsam in den Becken aufgezogen. Zwischendurch werden sie nach Größe sortiert. Da sie in den Becken zusammen leben, sollten sie ungefähr die gleiche Größe haben, damit nicht die Riegel vom Recht des Stärkeren greift. Manchmal gibt es trotzdem Grabenkämpfe. Wie bei Madame hier in der Schüssel. Sie hat gekämpft und verloren. Jetzt darf sie sich im Separé davon erholen. Oder dieser hier. Er war zu dünn und muss deswegen extra aufgepäppelt werden. Die Twiggy unter den Nemo fischen. Dann werden sie in den Außenbecken Stück für Stück an die Unterwasserbedingungen im Meer gewöhnt. Die Fische hier werden bald ins Meer entlassen. Momentan sind sie etwa ein Jahr alt. So ein Clownfisch kann bis zu 15 Jahre alt werden. Jedes Jahr werden 200 der kleinen Kerle auf der unbewohnten Insel Kohar in die Freiheit entlassen. Erst in Unterwasserkäfigen, damit sie sich an die ungewohnte Freiheit und die Wasserbedingungen gewöhnen können. Mittlerweile haben sich einige Nemo-Familien in die vorhandenen See-Animonen-Apartment eingemietet. Sind sie nicht süß? Happy Nemo! Schön, dass die kleinen Kerle wieder auf die Insel zurückkehren. Aus der ganzen Insel soll so eine Art Asyl für gefährdete Fischarten in Thailand werden. Das Hotel will die Menschen so daran erinnern, dass es absolut leicht ist, in den Kreislauf der Natur einzugreifen, aber so viel schwerer ihn wiederherzustellen. Ich könnte jetzt noch stundenlang aufzählen, wo sich das Pimalai überall engagiert. Die Liste ist lang. Ich könnte zum Beispiel von den örtlichen Schulen und Kindergärten erzählen. Oder dem örtlichen Krankenhaus oder der Bio-Farm, die extra gegründet wurde, um den Gästen hier selbst angebautes Bio-Gemüse anbieten zu können. Aber das werde ich nicht tun, denn das Paradies wartet ja auf mich. Das Pimalai ist nämlich nicht nur ökologisch und engagiert, es ist vor allem wunderschön eingerichtet. Das ist schick, elegant und luxuriös. Die Mitarbeiter hier sind alle so warmherzig und gastfreund. Wir würden bitte, bitte, bitte gerne einziehen in diese Villa mit Privatpool. Ich will hier nämlich nie mehr weg, oder? Ich muss mich festketten, damit mich hier keiner wegzerren kann, denn das Pimalai ist ab jetzt mein neuer Lieblingsort. Ihr wisst schon, der Zipfel vom Paradies. Das hier in der STUK. Ja, ich bin gern. 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 Mein Lieblingsort Vielen Dank.